Ich begrüße Dich herzlich zu meinem Kanal Mathe is Chillic. Es freut mich, dass Du wieder heranschaust. Mein heutiges Thema lautet Teilbarkeit. Es ist Video 5 der Reihe zum Thema Bruchrechnung. Ich habe es in zwei Teile geteilt. Dies ist Teil 2 von den zwei Teilen. Suchst Du hierzu das Aufgabenblatt? Dann sieh auf meiner Homepage unter www.mathe-is-chillic.de in einer der beiden Playlisten. Grundschul-Inter-Hauptschulabschlussmathe oder Bruchrechnung. Du wirst in dem Video 6 erfahren, was Kürzen von Brüchen bedeutet. Hierfür ist es wichtig, dass Du weißt, welche natürliche Zahl Du durch eine andere natürliche Zahl teilen kannst. Wie Du es leicht herausfinden kannst, erkläre ich Dir im Video 5 Teil 1. In diesem Video, also Video 5 Teil 2, wollen wir es üben. In diesem Teil beschäftige ich mit der Lösung von drei Aufgabenteilen zur Übung der Kriterien zur Prüfung, ob eine natürliche Zahl durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und oder 10 teilbar ist. Aufgabe. Untersuche durch welche Zahlen von 1 bis 10 die folgenden Zahlen teilbar sind und begründe Deine Entscheidung. Aufgabenteil A 345.231 Aufgabenteil B 2.234.568 und Aufgabenteil C 3.113.810 Wir haben hier die Zahl 345.231 Wir wissen, jede Zahl ist durch 1 teilbar. Also können wir schon mal die 1 hinschreiben. Ist die Zahl auch durch 2 teilbar? Nein, es müsste hier hinten als letzte Ziffer oder Zahl auch genannt eine 0, 2, 4, 6 oder 8 stehen. Es steht aber eine 1. Also ist nicht durch 2 teilbar. Ist sie durch 3 teilbar? Ja, dafür müssen wir jetzt die Quersumme bilden. 3 plus 4 sind 7 plus 5 sind 12 plus 2 sind 14 plus 3 sind 17 plus 1 ist 18 18 ist durch 3 teilbar und zwar 18 geteilt durch 3 ist 6 Also ist die Zahl durch 3 teilbar. Ist die Zahl durch 4 teilbar? Dafür müssen wir die letzten beiden Zahlen uns anschauen. Da steht dann eine 31 Aber 31 ist nicht durch 4 teilbar. Ist die Zahl durch 5 teilbar? Dafür müsste die letzte Zahl hier unsere Zahl, wo jetzt die 1 steht eine 0 oder eine 5 stehen. Ist aber nicht so. Also ist sie auch nicht durch 5 teilbar. Ist die Zahl durch 6 teilbar? Wenn sie durch 6 teilbar ist, müsste sie sowohl durch 3 als auch durch 2 teilbar sein. Ist sie aber nicht. Deswegen ist sie auch nicht durch 6 teilbar. Ist sie durch 7 teilbar? Durch 7 teilbar bedeutete, dass man hier die letzten 3 Zahlen genommen hat. Die addiert man zu der davorigen 3er Gruppe. Muss allerdings bei der 2. Gruppe nur dann ein Minuszeichen davor schreiben. 231 minus 345. Ja, das ergibt dann 4, 114. Aber 114 ist nicht durch 7 teilbar. Es kommt zwar sogar Minus 114 raus, aber das Minus kann man hier in dem Fall vernachlässigen. Ist die Zahl durch 8 teilbar? Dafür nehme ich mir auch die letzten 3 Zahlen. 231 ist aber nicht durch 8 teilbar. Ja, 240 ist durch teilbar, weil 3 mal 80 ist 240. Und 232 wäre teilbar. Aber nicht 231. Ist die Zahl durch 9 teilbar, dafür müssen wir jetzt alle die Quersumme wieder bilden. Das hatten wir schon eben gemacht. 3 plus 4 sind 7, plus 5 sind 12, plus 2 sind 14, plus 3 sind 17, plus 1 ist 18. 18 ist aber durch 9 teilbar. Also ist die gesamte Zahl durch 9 teilbar. Ist die Zahl durch 10 teilbar? Nein, sie ist nicht durch 10 teilbar, weil die letzte Zahl müsste eine 0 sein. Steht aber eine 1. Schauen wir uns den Aufgabenteil B an. Hier haben wir die Zahl 2.234.568. Ist die Zahl durch 1 teilbar? Natürlich, jede Zahl ist durch 1 teilbar. Ist die Zahl durch 2 teilbar? Dafür muss ich mir die letzte Zahl angucken. Wenn deine 0, 2, 4, 6 oder 8 steht, dann ist die ganze Zahl durch 2 teilbar. Da deine 8 steht, ist es so. Ist die Zahl durch 3 teilbar? Dafür müssen wir die Quersumme bilden. 2 plus 2 ist 4, plus 3 ist 7, plus 4 ist 11, plus 5 ist 16, plus 6 ist 22, plus 8 ist 30. Ja, 30 ist durch 3 teilbar, das ist nämlich 10. Also ist die ganze Zahl auch durch 3 teilbar. Ist die gesamte Zahl durch 4 teilbar? Ja, ich habe es hier schon mal hingeschrieben. Und zwar, ich muss kontrollieren, sind die letzten beiden Zahlen durch 4 teilbar? Ja, 68 kann ich durch 4 teilen. Und zwar 68 geteilt durch 4 ist 17. Ist die Zahl durch 5 teilbar? Dafür muss ich mir die letzte Zahl angucken. Da müsste eine 0 oder eine 5 stehen, aber es steht eine 8. Also ist die gesamte Zahl nicht durch 5 teilbar. Ist die Zahl durch 6 teilbar? Ja, da sie ja sowohl durch 2 als auch durch 3 teilbar ist. Also ist sie durch 6 teilbar. Ist diese ganze Zahl durch 7 teilbar? Dafür muss ich mir die letzten 3 Zahlen nehmen plus die nächstfolgenden 3 Zahlen, allerdings mit dem Minuszeichen davor, plus die nächsten 3 Zahlen. Also ich rechne 568 plus die 2, allerdings minus 234. Also 568 minus 234 plus 2 ergibt 336. So, wenn die Zahl durch 7 teilbar ist, diese 336, dann ist die ganze Zahl durch 7 teilbar. Ja, 336 kann man durch 7 teilen. Das ist 48. Also ist die ganze Zahl durch 7 teilbar. Ist die ganze Zahl durch 8 teilbar? Dafür gucke ich mir hier die letzte Dreiergruppe an. Das heißt, ich muss 568 durch 8 teilen. Ja, das geht. Das ist 71. Also ist die ganze Zahl durch 8 teilbar, weil 568 durch 8 teilbar ist. Also auch. Wir hatten vorhin ja schon für die 3 die Quersumme gebildet. Die war 30, aber 30 ist nicht durch 9 teilbar. Ja, und um zu prüfen, ob es durch 10 teilbar ist, muss ich mir ja die letzte Zahl angucken, die 8. Ja, aber da müsste eine 0 stehen. Steht aber nicht, sondern eine 8. Deswegen ist die gesamte Zahl auch nicht durch 10 teilbar. Kommen wir nun zum letzten Aufgabenteil. Wir haben die Zahl 3.113.810. Ist die Zahl durch 1 teilbar? Ja, jede Zahl ist durch 1 teilbar. Ist die Zahl durch 2 teilbar? Dafür muss ich mir hier die letzte Zahl angucken. Das steht in 0. Und wenn dann in 0, 2, 4, 6 oder 8 steht, dann ist die ganze Zahl durch 2 teilbar. Da dann in 0 steht, ist sie also durch 2 teilbar. Ist sie durch 3 teilbar? Dafür müssen wir jetzt die Quersumme bilden. 3 plus 1 sind 4, plus 1 sind 5, plus 3 ist 8, plus 8 sind 16, plus 1 ist 17. Aber 17 ist nicht durch 3 teilbar, also ist die ganze Zahl nicht durch 3 teilbar. Ist die gesamte Zahl durch 4 teilbar? Dafür guckt man sich die letzten beiden Zahlen an, also die 10. 10 ist aber nicht durch 4 teilbar. Ist die Zahl durch 5 teilbar? Wenn hinten als letzte Zahl eine 0 oder eine 5 steht, dann ist die ganze Zahl durch 5 teilbar. Es steht eine 0. Also ist sie durch 5 teilbar. Ist die Zahl durch 6 teilbar? Dafür müsste sie durch 2 und 3 teilbar sein. Aber durch 3 ist sie nicht teilbar, also ist sie auch nicht durch 6 teilbar. Ist sie durch 7 teilbar? Dafür muss ich mir die 810 diese 3er Gruppe nehmen, dann die zweite 3er Gruppe mit einem Minuszeichen davor und dann die dritte 3er Gruppe. 810 minus 113 plus 3 ergibt 700. Ja, aber 700 ist durch 7 teilbar. Ist nämlich 100. Also ist die ganze Zahl durch 7 teilbar. Ist die Zahl durch 8 teilbar? Dafür müsste die letzte 3er Gruppe, also 810 durch 8 teilbar sein. Ist aber nicht. 800 ist durch 8 teilbar. 808, 816 aber nicht 810. Ist die Zahl durch 9 teilbar? Wir hatten ja eben gesehen, die Quersumme war 17. 17 ist aber nicht durch 9 teilbar. Also die ganze Zahl nicht durch 9 teilbar. Ist die gesamte Zahl durch 10 teilbar? Ja, weil die letzte Zahl, wenn da eine 0 steht, ist die ganze Zahl durch 10 teilbar. Dies war nun der Teil 2 von 2 Teilen des Videos zum Thema Teilbarkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked doch bitte das Video oder lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.